Heute für euch im Test der große Verbund City of Heroes von Veko Feuerwerk. Hier bekommt ihr für 34,99 Euro insgesamt drei verschiedene Batterien, die bereits fertig verleitet sind. Allerdings liegt die Effektmasse laut Penny bei nur 600 Gramm. Und ob man sich diesen Verbund für diesen Preis holen sollte oder doch lieber nicht, seht ihr jetzt gleich im Test. Und ob man sich diesen Verbund für diesen Preis holen sollte. Und ob man sich diesen Verbund für diesen Preis holen sollte. Und ob man sich diesen Verbund für diesen Preis holen sollte. Und ob man sich diesen Verbund für diesen Preis holen sollte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020